Herzlich willkommen zur CoffeeCup Learning Einheit Unterrichtsinhalte recherchieren, selektieren und bewerten. In den folgenden Minuten erfahren Sie, wie Sie das Internet für eine Themenrecherche nutzen können, auf welchen Portalen Sie Content für Ihren Unterricht finden und wie Sie diesen bewerten. Auch in Bezug auf die Weiterverwendung von Inhalten aus dem Internet werden wir einige wichtige Punkte beleuchten. Fast jede Recherche zu Lehrplanthemen oder aktuellen unterrichtsrelevanten Themen beginnt heutzutage auf www.google.at. Im CoffeeCup Learning Modul Suchen und Finden erfahren Sie, wie Sie mit Google und weiteren Suchmaschinen zielgerichtet nach Themen suchen und diese bewerten können. Eine weitere Möglichkeit nach Themen zu recherchieren ist die Nutzung von Online-Zeitungsarchiven. Auf der standard.at slash Suche können Sie nach aktuellen, aber auch nach Archivartikeln suchen. Sie haben sogar die Möglichkeit, einen von bis Zeitraum festzulegen. Die Zeitung diepresse.com bietet ebenso eine Detailsuche, zu der Sie über das Suchfeld links oben gelangen und ermöglicht eine Suche bis ins Jahr 2001 zurück. Über Social Media Plattformen wie beispielsweise Twitter oder ausgewählte Blogs lassen sich bestimmte Blickwinkel und kritische Sichtweisen auf ein bestimmtes Thema finden. Nachdem man sich auf Twitter.com registriert hat, kann man entweder bestimmten Personen folgen oder nach Themen suchen. Für eine Recherche zu aktuellen Themen eignen sich natürlich auch alle TV-Mediatheken, wie zum Beispiel die ORF-TV-Tek oder die Mediathek des Senders Arte. Leider sind in den meisten TV-Mediatheken die Sendungen nur für einen bestimmten Zeitraum abrufbereit, was den Einsatz in der Klasse meist schwierig macht. Die beliebte Online-Enzyklopädie Wikipedia bietet sich für Recherchen natürlich auch an. Eine Suche ist entweder über Stichworte oder innerhalb bestimmter Kategorien möglich. Sind Sie auf der Suche nach bestimmten Inhalten und Materialien für Ihren Unterricht, so empfiehlt sich eine Suche auf einem Unterrichtsportal. Eine der größten österreichischen Plattformen für Unterrichtscontent ist www.schule.at. Unter Portale finden Sie zu annähernd jedem Unterrichtsfach Materialien, Themenpakete, Downloads, Linktipps und vieles mehr. Sind Sie auf der Suche nach interaktiven Online-Übungen für Ihre Klasse, sind Sie im Bereich OTP der Plattform lms.at richtig. Nach einer kostenlosen Registrierung haben Sie und Ihre SchülerInnen Zugriff auf zahlreiche Übungen zu vielen Unterrichtsgegenständen. Wenn Sie Ihre SchülerInnen beim Erwerb ihrer digitalen Kompetenzen unterstützen möchten, finden Sie auf der Plattform www.e-education.at unter Ressourcen die sogenannten eTappers, kurze online gestützte Unterrichtseinheiten. Hervorragende Unterrichtsmaterialien zu Safer Internet-Themen finden Sie unter saferinternet.at im Bereich für Lehrende. Eine besonders ergiebige Quelle ist natürlich die Plattform YouTube, auf der sich zu annähernd jeder Themansuche Videos unterschiedlichster Art und Qualität finden. Diese gilt es besonders gut zu prüfen, bevor sie im Unterricht eingesetzt werden. Anhand welcher Kriterien man Content aus dem Internet auf seine Eignung für den Unterricht hin prüfen kann, sehen wir uns nun am Beispiel dieses Linktipps, den wir im Geschichte-Portal von Schule.at, gefunden haben an. Wer ist die Urheberin der Urheber des Contents? Es handelt sich um Materialien der Initiative BOAB in Kooperation mit dem Standard. Rechtskonformität ist gegeben. Sind die Inhalte korrekt und am neuesten Stand? Der Online-Artikel ist aus dem Jahr 2015. Leider werden einige der Videos nicht mehr angezeigt. Es könnte auch sein, dass manche der Zahlen und Fakten nicht mehr stimmen. Dies sollte überprüft werden. Dies könnte natürlich auch im Rahmen einer Unterrichtseinheit erfolgen. Denn die didaktische Aufbereitung entspricht meinen Ansprüchen und eignet sich für meine Zielgruppe eine Oberstufenklasse. Unter welcher Lizenz steht der Content? Dies ist hier auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Es könnte sich um ein urheberrechtlich geschütztes Material handeln. Entscheiden Sie sich, urheberrechtlich geschützten Content aus dem Internet in Ihrem Unterricht zu verwenden, gelten für Schulen spezielle Regelungen, die sich allerdings immer wieder ändern können. Auf der Plattform seferinternet.at findet sich dazu diese für Schulen wichtige Info. Lehrende dürfen im Unterricht urheberrechtlich geschützte Inhalte und Unterlagen verwenden. Die Unterlagen dürfen in der für eine Schulklasse erforderlichen Anzahl vervielfältigt und verbreitet werden. Auf allen verwendeten Unterlagen muss selbstverständlich die Quelle angegeben sein. Materialien dürfen auch digital zur Verfügung gestellt werden, sofern der Zugang durch ein Passwort geschützt wird. Wichtig ist zu wissen, dass diese Regelung nur für den Unterricht und nicht für Schulveranstaltungen wie Elternabende, Schulfeste oder den Einsatz auf der Schulwebsite gilt. Sie wissen nun, wie Sie das Internet für eine Themenrecherche nutzen können, auf welchen Portalen Sie Content für Ihren Unterricht finden und wie Sie diesen bewerten. Weiters kennen Sie die Regelung, die für Schulen im Hinblick auf die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Inhalten im Unterricht gilt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten. Musik 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 Vielen Dank.